Hallo und Willkommen zurück bei Aged of Ruling mit mir dem Maru. Wir sind die Schwertkämpferin Maru und müssen hier Yu, Ting, Xin, Qiang und den Qi retten. Geben mir irgendwas zu essen und hauen wir mit ihm ab. Hi kleiner Bruder, du hast dich missverstanden. Okay, ich gucke einfach mal, dass wir hier irgendwie in PvP reinkommen oder so. Also ich kann ein bisschen das PvP-System umreißen. Also es gibt Open-World-PvP-Systeme mit Player-Kill und so einen Spaß. Jetzt müssen wir aber irgendwie irgendwo ein Quest-System erreichen, einen Punkt, dass wir Player-Kill anmachen können. Und dann können wir halt rumlaufen, Leute angreifen und kriegen dafür Ruchlosigkeit sozusagen. Und es gibt andere Leute und Wachen, also NPC-Wachen, man kann aber auch als Policeman arbeiten sozusagen und solche Leute dann fangen. Sollte man als PvP-Killer mit sehr bösem Rang gecaptured werden, dann landet man im Gefängnis und muss seine Zeit da absetzen, dank wie böse Punkte man halt aufgebaut hat. Andere PvP-Missionen sind halt diese Spionage-Missionen und alles. Dafür bin ich aber leider einfach nur noch zu schwach, dass wir da irgendwas machen können. Dungeons sind wir genauso zu schwach, dass es zieht sich noch ewig lang in die Länge. Willst du das Fenster springen? Juhu! Juhu! Irgendwer da hinten. Ich hoffe, du hältst dein Wort. Komm, wir verhauen sie doch einfach. Wird er sein Versprechen halten? Die Kennennis 9? Hm. Okay, verfolgen wir sie ein bisschen. Okay, müssen wir wohl kämpfen. Frag nichts, folge mir einfach. Okay, okay, rennen wir hinterher. Hi. Ziehen wir so mal Klamotten an. Haben wir einen Haufen in der Tasche. Dazu haben wir jetzt hier diese Ohrringe. Dann immer was machen. Das ist ein Ring. Und noch so ein Rock, aber wir haben einen besseren Rock. Ähm, Harald of Xianggang. Challenge Xianggang and then move to the... Hallo. Okay. Make friends in Yangune. Ich möchte kämpfen bis zum Ziel. Okay. Warte, Team up. Find the Herald. Team up. Könnte ich mir vielleicht noch mit dem reden, dass er mitkommt? Hey. Nein. Hm. Wir reden mit dem hier. Okay. Achso, wir müssen jemanden finden, um zu kämpfen. Okay. Create Team. Ah, sie bringen mir das Gruppensystem bei, oder was? Mhm. Let's click the player or teams that want to form a team. Seine Button will allow you to send a Team-Application to the... Ähm. Das sind die Leute, die das brauchen. Moment. Sehen wir mal hier. Verdammt. Jojo, wir haben es ja auch mit dem Team gemacht. Oh, ein Member of Air Engine Airways. Lernen wir jetzt einfach. You have learned charge forward. Ähm. Okay. Ähm. Fulfill the requirement. Einfach alle. Okay. Defeatet geht wieder. Seht los, Yang-Zhang. We go now. Haha. Okay. Den Kampf können wir nicht drehen. Okay. Ah, durchstechen. Und... Zack. Und... Einblick tankt ihr die alle. Ich weiß, ich kann mir meine AOE-Fähigkeiten da reinhauen. Ah. Bäm. Oh, oh. Das geht's HP-mäßig gar nicht so gut. Inventar. Wir müssen... Oh. HP. Regenerieren. So, wir müssen mehr Leute versiegen hier. Bäm. Wir müssen mehr von diesen Herbs essen. Oh, wir können meditieren. Nein, wir können nicht mehr meditieren. Hm. Holt sie einfach alle hier. Ja. Ja. Ich habe irgendwelche Fähigkeiten benutzt. Hast so einen Gebiets-Effekt sozusagen. Und dann können wir jetzt hier... ...decker kämpfen. Okay. Schmeißen wir Dolchen. Ne, nicht mit Pferden. Den Dolchen habe ich rausgezogen. Oh. Okay. Charm. Und... Okay. Da kommt er. Der ist schon tot. Aha. Der hat ja auch gedroppt. Der hat ja auch gedroppt. Wir sollen... Wir sollen... Den Leader besiegen. Und zack, soll man auch besiegen. Oh Gott. Erstmal ein Herb. Oh Gott. Hör bitte auf zu brennen. 15 Sekunden. 15 Sekunden. Call for help. Ähm. Der war fies. Feuerangriff. Ich habe keinen hier. Und nichts. Meine Quest ist fehlgeschlagen demzufolge. Puh. Mies. Wo muss ich gespawnen? Wo muss ich denn da hinten? Boah. Einmal versuchen wir es noch. Aber das... Das gefällt mir schon mal überhaupt nicht so. Weil ich könnte überhaupt nichts gegen machen. Sozusagen. Erstmal noch diese Pille da. Ah. Mein Item Bag. Ah. Pferdchen. So muss man noch einmal. Ist anscheinend immer doch eine Gruppenquest. Okay. Haben wir momentan nicht zu vielen Gegnern. Nicht auf dem Pferd lernen Zanderclap Dann nehmen wir die Porn dafür raus Okay, das sind so die Airy Formations Level mal so Mist Dann nochmal Ziehen wir mal die Herbs hier raus Dass wir uns heilen können Notfall Hmm So, sammelt euch mal schön hier alle vor ihm Ah Ja, kiezt sich alle weg hier Oh, ist gut Sammeln wir alles ein Oh Hmm Attacke Oh, aus der Luft macht er andere Angriffe, wie geil Das haben wir alles ein Ich hab mich gern geheilt, aber ich musste mich glühe, weil sie es mir nicht heilen Ich hab mich nicht so viel Stahlen genommen Was man nicht alles noch lernt, wenn man mal durchlesen würde, was hier steht Okay Oh Gott, mein Schwert spüren Das ist ein Meister von Marschall-Arts, wie baut er hier Rette mich, Mister Nein, du sollst mir helfen Durch den Dicken da besiegen Durch den Dicken da besiegen Oh Mann Das ist ein Meister von 1 6 8 9 9 10 Ah, macht die High-Aura oder was? Lebt mich auf, Mann. Ah, in situ. Okay. Gucken wir jetzt zu von hier hinten. 40 Sekunden geschwächt. Irgendjemand hat irgendwie geschossen. Also irgendwie ist das hier ziemlich sinnlos, die Quest. Okay. Versteckt man es einfach mal hier hinter. Hm. Und blocken. Er wird gekontert oder so. Das macht er schon. Schau mir einfach zu. Du schaffst es. Yay. Kiste. Aber alles mitnehmen hier. Hm. Mach das hier alleine. Haha. Nein. Ach. Bewegung auf linker Maus, das ist fies. Wie? Ich dachte jetzt nicht mehr öffnen, weil ich mich bewegt habe. Würdest du mich verarschen? Nee, hat es rausgenommen. Okay. Okay. Wir sollen jetzt mit irgendjemandem reden. Mit Zhang, Dan, Feng. Woodchest. Enter, Komm mit. Klingt nicht gut. Auto-Loot, okay. Du bist da vorne. Okay. Die Quest gehen wir noch ab. Hat mal eine Gruppen-Quest. Juhu. Da haben wir zu alleine gemacht. Stehst du nicht einfach hier um die Ecke? Ja. Danke. Ich muss gleich einen Task-Reval. Ach so. Nehmen wir das da. Plus drei Stamina, plus drei Stamina. 15, 8, 15, 8, 15, 8. So. Aber ich würde sagen, das reicht für dieses Spiel. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr ja gerne auch mal runterladen, mal antesten. Vielleicht quält euch auch die Story und alles. Aber für mich war es das hier. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Spiel. Tschüss.